Wenn man sich zweifeln oder an Dingen, die so geschehen, die man nicht verstehen kann, muss man seinen Weg finden, wieder rauszukommen, den Kopf zu erheben und nach vorne zu schauen, was zu Ende. Das ist manchmal auch wichtig. Also, wie es für Sie, make it change. Das ist manchmal auch wichtig. 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 Das ist manchmal auch wichtig.